Nico, ein Thema, das sich gerade sehr beschäftigt, ist digitale Transformation. Warum ist das so? Ich glaube, dass Kommunikation Vorreiter in Unternehmen ist für Digitalisierung und für die Digitalisierung von Geschäftsmodellen in Unternehmen. Viele Unternehmen, mit denen ich spreche, haben das momentan auf der Agenda in unterschiedlichen Abteilungen. Und nicht selten ist die Kommunikation auch in den Unternehmen, die mit der Digitalisierung eben als erstes in Berührung kommt und das Thema auch im Unternehmen treiben soll. Und welche Schwierigkeiten ergeben sich dann? Schwierigkeiten ist eben, dass das Thema eine große Fallhöhe braucht. Also es muss direkt beim Vorstand aufgehängt sein. Und es gibt eben diese Herausforderung, wie positioniere ich mein Unternehmen dort, wo Digitalisierung momentan am meisten stattfindet, also vielleicht auch im Start-up-Bereich. Wie komme ich auf diesen Nährboden? Und auch, wie kommuniziere ich natürlich Digitalisierung ins Unternehmen hinein, wo viele klassische Mitarbeiter einfach noch große Berührungsängste haben. Du sagst, es kann in der Kommunikation beginnen, weil es da so am ersten von draußen ankommt. Bis wohin geht das dann? Ich glaube, alle Bereiche sind mit der Digitalisierung beschäftigt. Am Ende hängt es davon ab, wie Innovation im Unternehmen strukturiert ist. Innovation geht über alle Bereiche hinweg und die Kommunikation kann da eine Vorreiterposition übernehmen. Haben das denn auch schon alle Kommunikatoren und auch Agenturen erkannt? Glaube ich nicht. Also ich glaube, digitale Transformation kann ein großes Geschäftsfeld auch für Kommunikationsagenturen sein, wenn sie das für sich selber schon erkannt haben und wenn sie es eben schaffen, im Unternehmen und bei ihren Kunden die richtige Fallhöhe zu bekommen. Alle Kompanyolen Wer kommt das für nur noch die Produktion von Christian An 밑 um zum Beispiel? Immer Knights Jetzt kommt das für mich membrфф mal ein und wie seiner Schreie Christiankeit weitervaneilung. Untertitelung des ZDF, 2020